Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Beautypanel. Man könnte fast mal einen Pickel und Mitesser hätten hypnotische Fähigkeiten. Haben wir sie erst einmal erspäht oder ertastet, können wir gar nicht anders, als sie auszudrücken. Mittlerweile gibt es ein, wie wir Mitesser und Unreinheiten einfach abschalten können. Klingt so ein wenig abschreckend, aber soll wirklich helfen. Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung rein, um alle Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Dort könnt ihr euch auch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern. Reinschauen lohnt sich also. Ein Ultraschall-Peeling-Gerät ist ein Beauty-Tool, das wie ein Spachtel aussieht. Nur dass dieser Spachtel vibriert und dabei Ultraschall will, dadurch sollen angeblich die Hautunreinheiten sowie Öl und Schmutz in der Tiefe gelockert und an die Hautoberfläche befördert werden. Dort werden sie mit den Spachtel dann einfach abgeschabt. Sie bestehen in der Regel aus medizinischem Edelstahl und haltbarem Kunststoff. Das kosmetische Gerät arbeitet wie gesagt mit Ultraschall. Dabei bringen pro Sekunde 24.000 Ultraschallwellen die Haut zu vibrieren. Verunreinigungen in den Poren oder Ablagerungen werden gelockert und können mit dem weich abgerundeten Metallspatel, Hautschüppchen und Co. abgetragen werden. Es ist eine effektive Methode, bei welcher die Hautschichten auch mit Nährstoffen versorgt werden können. Nach der Behandlung sind diese besonders aufnahmebereit für reichhaltige Serien, Cremes oder Lotions. Die vielen Vibrationen auf Mikroebene stimulieren die Durchblutung und aktivieren das Lungssystem. Hier wird ganz gezielt elektrische Muskelstimulation im Gesicht angewandt. Diese werden dadurch trainiert und man behält das jugendliche und glatte Aussehen ohne hängende Partie. Man sieht bei regelmäßiger Anwendung frischer aus und die Gesichtskonturen kommen besser zur Geltung. Falls ihr auf der Suche nach dem Anlar Ultraschall Peeling Gerät seid, haben wir ein passendes Produkt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Zum Zeitpunkt unserer Recherche war dieses Angebot sogar am preisgünstigsten. Schaut daher gerne in die Infobox, um das Angebot nicht zu verpassen. Der Hersteller Anna präsentiert neben seinem klassischen Ultraschall Peeling Gerät auch ein Modell mit LCD-Bildschirm und noch mehr Funktionen. Das hautkosmetische Gerät arbeitet je nach gewählter Einstellung mit Ultraschallwellen, Iontechnologie, EMS, sanft verkloppte Klopfmassage oder liftenden Vibrationswellen. Es kann täglich zur Reinigung des Gesichtes verwendet werden, sowie zur Massage oder als vorbeugende Maßnahmen gegen Falten und vergrößerte Poren. Genau wie mit der Basic-Version lassen sich mit dem Gerät tiefe Aktennarben, Pickel, Mitesser, vergrößerte Poren sowie Falten und verrohnte Hautstellen behandeln. Die weiterentwickelte Variante kann dabei noch effizienter und besser auf die verschiedenen Probleme abgestimmt werden. Der Skin Scrubber ist ebenfalls mit einem weich abgerundeten Metallspartel am Ende ausgestattet. Darunter befindet sich das Handstück, in welchem sich die Technologie verbirgt. Das kompakte Gerät lässt sich leicht bedienen und ist sicher in der Anwendung. Die Ultraschallwellen bringen die Haut auf Mikroebene zum Vibrieren. So lösen sich Verhornungen, abgestorbenen Hautschüppchen und Verunreinigungen sowie Ablagerungen in den Poren und können leicht mit dem Spatel abgetragen werden. Bei der elektrischen Stimulation werden die Nerven der Muskulatur stimuliert, was wie ein Training der Gesichtsmuskeln wirkt und für einen straffen Look sorgt. Alle Anwendungen regen die Durchblutung an und aktivieren den Lymphfluss. Das hilft der Haut, sich von innen selbst zu reparieren und sich zu erneuern. Das Ergebnis ist ein strahlendes, porentief gereinigtes und ebenmäßigeres Gesicht. Es ist ein modernes Gerät für eine schönere Haut und die einfache Anwendung zu Hause. Bewertungen nach zur Folge erfüllt der Skin Scrubber wirklich seinen Zweck. Die Haut fühlt sich nach der ersten Anwendung schon weicher und Blatter an. Der Skin Scrubber lässt sich einfach bedienen, kann auf mehrere Stufen eingestellt werden und erfüllt komplett das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich hoffe, wir konnten euch den anderen Skin Scrubber näher bringen. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal auf Beautypanel. Bis zum nächsten Mal.